So, und? Schicksal der endlosen Agonie. Yay! Ähm, wir machen das mal nochmal ganz anders. Äh, ja. Was passiert denn eigentlich, wenn wir gar nicht mit dem Spinner hier reden? Kommen wir denn da weiter? Also ich wollte jetzt eigentlich gerne nur den Schlüssel nehmen von ihm. Wartet mal ganz kurz, wir nehmen uns mal ganz kurz den Schlüssel von ihm. So, und dann scheißen wir einfach mal auf den Typen. Und gehen hier rein. Äh, scheiße. Okay, endlose Sklaverei. Klingt für mich eigentlich am plausibelsten, weil aus Sklaverei kann man sich auch befreien. Gut, es heißt zwar endlose Sklaverei, aber vielleicht kommt ja irgendwann ein Retter und er rettet uns. Tod ist ein bisschen endgültig. Und Agonie, ich meine, der hat doch lieber den Tod. Also Tod ist der Tod, Agonie ist quasi eher Leiden und die ganze Zeit. Deswegen nehmen wir erstmal den Sklavereischlüssel. Das ist bestimmt nicht so schwer. Mann, Leute. Kommen wir auf hier zurück. Ne. Ei, 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 ei. Okay, gut. Äh, hier haben wir eine kleine Abkürzung. Wir schaffen. What? Wo müssen wir jetzt hin? Keule? Sag mir das mal bitte jemand. Wo müssen wir jetzt hin? Sag mir jetzt nicht, hier kommt jetzt einer auf der Brücke, ey. Okay. 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 Äh, Leute. Wir speichern mal. Games. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Leute, habt ihr den Plan? Ich hab gerade keinen. Äh, what? Habt ihr fliegen? Hier kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Das sind so die einzigen Ausgänge, die ich jetzt hier noch sehe. Hier ist noch einer. Eins, zwei, drei Ausgänge können wir noch abgrasen. Hier geht's irgendwo hin, nur nicht dahin, wo ich will. Hab ich da gerade irgendwas übersehen in dem Raum? Nö, nö, wir sind nach oben gekommen. Ich hab die Tore aufgeschlossen. Nö, hä? Das ist ja jetzt merkwürdig, ey. Wo muss ich jetzt hin? Ähm. Scheiße, würde ich jetzt mal so fast sagen. Nein, Laboratorium, Bibliothek, Konversation. Können wir den mit nutzen vielleicht? Öffnet die Tür zu deinem Schicksal, nachdem du das Spiel beendet hast. Ah. Wenn ich jetzt das Spiel beende, also quasi beenden, oder? Wie? Nee, ich... Was ist denn das jetzt hier? Warte mal, ich guck mal ein bisschen rum. Das ist ja leerlich. Nö, also hier hab ich auch nichts übersehen. Wenn ich da unten reingehe, dann... Dann schlägt's mich wieder nach oben. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Ich drücke, drücke und drücke. Hier kann man überhaupt nichts mehr machen. Und wenn ich hier gehe, komme ich nach hier oben wieder zurück. Die Wand haben wir damit aufgemacht. Ich sage mir jetzt nicht, ich hab die Tür übersehen. Ich hab die Tür übersehen. Okay. Ich begrüße Sie wieder. Sie sind admirabel. Ihre Macht werden mit jeder Schritt zu nehmen. Ja, aber die Enemies werden schwerer, you know? By the way, was ist das Ort? Du bist in der Forgotten Tower. Hier sind die Spirits und Schäuze. Really? Dann bist du ein Schäuze? Das ist nicht mein Platz. Ich bin hier nur zu warnen, dass du sie mit ihnen musst. Denn sie sind invisibel zu den Augen. Und nur die Magik der Magik der Licht kann sie schäuzen. Invisibel? Dann, wenn ich sie nicht sehen kann, wie kann ich sie töten? Du kannst sie schäuzen, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Nur wenn du die Magik der Licht benutzt. Hey, danke für die Worte. Es ist ein Freitag, um dich zu helfen. Es ist ein Freitag, um dich zu helfen. Ich kann nicht das Lamentable Interesse. Er ist vielleicht Lamentable, Zera, aber zumindest hat er nicht getroffen und in einem Schlafen wie du. Gut, dann müssen wir hier runter. Was ist denn hier? Ah. Kleine Emmerade mal 14, das ist scheiße. Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir endlich weitergekommen. Gut, wir gehen mal kurz schweigern. Damit ich das fürs nächste Mal auch weiß. Okay, ein unsichtbarer Gegner. Tja. Ich meine, mit unseren nächsten Level-Ups könnten wir natürlich versuchen noch ein bisschen was in Veränderung zu skillen. Werden wir höchstwahrscheinlich auch machen. Mal eins, zwei, drei. Ich glaube, ich lasse jetzt Äxte auch Äxte sein, weil wir haben unsere Lieblings-Soffer im Spiel gefunden. Da wollte ich gar nicht hin. Und dementsprechend wird das, glaube ich, nicht mehr so von Nöten sein. Ich denke nicht. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass hier noch nicht alles aufgedeckt ist. Ah, weil es hier nach oben weitergeht. Ich verstehe. Ah. Aber auch ganz marginal. Wisst ihr was? Wir haben doch hier... Moment. Wir haben doch hier ordentlich. Nee, das nicht. Das hier. Können wir mich noch ein bisschen... Was das denn hier für ein Ort ist. Interessant. Hier ist nichts. Okay. Übrigens, Herausforderung und so, ne. Können wir uns denn wohl mal knicken. Ähm. Weil ich habe schon ewig... Ah, what the fuck. Wo sind meine ganzen Ringe hin? Hä? Bin ich doof? Wo habe ich meine Ringe hingepackt? Was war das? Egal. Den Geisteslicht, das tun wir mal auf eine Shortcut. Was war das gerade? Moment. Ähm. Licht, 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 Lichtbolzen. Bist du ein Lichtbolzen? Frostbolzen? Lichtbolzen. Genau. Aha. Äh. Haben wir dich jetzt gekillt, oder? Anscheinend. Halberthus. Was? Haben wir den jetzt einfach gekriegt, oder was? Wenn du in Kreatur du bist, erscheint, dessen Geist in der Wohnung der Zerkurze unschauen. Äh. Danke. Schätze ich. Oder so. War das jetzt so eins von diesen Viechern, die dann unsichtbar wären? Oder sind in dem Fall? Okay. Also gibt es unten noch einen rechten Weg. Ah. Was mache ich denn hier? Ähm. Das sind viele. Au. Das sind sehr viele. Ah. Komm her. Klar. Penner, ey. Okay. Wir leuchten hier mal kurz aus, weil wir das gerne mögen. Okay. Fledermausflügel. Noch ist hier kein Unsichtbarer zu sehen. Aha. Ha. Steht hier. Unsichtbarer sehen. Classic. So. Hier ist nichts. Da ist nichts. Haben wir hier irgendwas? What the fuck? Ach. Scheiße. Das ist ja echt ein Turm. Oh Gott. So Fledermaus. Ich hab hier gar keinen Bock drauf. Aha. Das wird absolut. Das wird absolut. Fledermausflügel. Weg. Weg. Diebstahl? What? What the fucking hell? Fucking. Oh shit. Au. Au. Oh. Du kleiner Bastard, Alter. Würdest du vielleicht mal sowas unterlassen? Wie wär's mal kurz so? Der hat uns echt unseren Garchar gekillt. Wie Dreck so. So. Stimmt's jetzt auch. So von wegen. Von wegen. Die haben uns das nicht geklaut. Ach. Was ist das? Das ist so lecker. Die haben uns das tatsächlich geklaut. Excalibur. Hansus. Ne. Das ist unsere. Die Axt und so weiter. Das finde ich jetzt echt uncool. Muss ich gestehen. Ganz, ganz uncool. So. Apropos uncool. Ach ne. Das hätte ich auf die andere Seite. Wir gehen erst mal eine Seite. Nein. Ah. Ach nein. Das ist ja interessant. Hier war ich nämlich vorhin auch, um zu gucken, ob ich denn hier irgendwie hinkommen kann. Aber so ist es natürlich ganz interessant. Schön. Gut. Dann gucken wir uns mal die andere Seite des Turms an. Und holen uns unseren Lichtengel mal. Auf, dass wir hier wieder Aberdutzende von Fledermülsen killen. Na, Pisse, Alter. Würdest du bitte einmal, einmal den Typen da hauen? Hallo. Das ist so lächerlich. Dieses Spiel ist so unfassbar lächerlich. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Beschissenes Missspiel. Okay. So, das war einer. Unser Lichtspirit bringt uns hier einen Scheißdreck. Okay. Gut zu wissen. Das ist auch sehr nett, was hier passiert. Ey. Fantastisch. Unfassbar nett. Oh mein Gott. Okay. Dieses Spiel, ne? So, wo bist du? Du bist genau unter mir. Kleiner Pisser, ey. Jetzt kriegst du einen ab. Ey. Ey. Was zur Hölle ist hier los, ey? Kleiner Pisser, ey. Wo ist denn die Drecksau? So, jetzt vertreckst du mal. Alter, was für... Ey. Es ist schon ganz schön nervig hier um. Von denen geben gar keine XP nichts. Gut, wir haben bisher auch noch viel von denen gekillt. Trotzdem, Alter. Übel. Übelst nervt diese Blüten da bisher. So, da hinten ist bestimmt irgendein Secret. Könnte ich mir vorstellen. Und what the fuck ist jetzt schon mit der Frameter los? Ich werde auch schon wieder. What the... What the... Huch. Wollte ich gar nicht hin. Aber gut. Ich wollte hier unten ganz gerne. Auch nichts. Was auch immer mich jetzt da erwischt hat. Wisse wat. Gucken wir doch gleich mal nach, was mich da erwischt hat. Aha. Ich meine, jetzt ist es jetzt bis zu echt Gunschen nützlich. Doch, jetzt bist du sehr, sehr nützlich, Kumpel. Kleiner, kleiner Mega-Kumpel. Ach, schön. Unsichtbare Wesen sehen, ey. Nein, da wollte ich... Doch, wollte ich hin. Nein, aber da wollte ich nicht hin. Verdammt nochmal. Naja. Da war immer noch ein Gegner. The fuck. Da war nichts drin und da war nichts drin. Gut. Wie gesagt, erst mal den einen Flügel erkunden, weil ich... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch ein Flügel noch zukommen werden. Ja, du darfst. Du darfst einmal verrecken. Du auch. Oh, du hast... So, fangen wir an. Ah, unsichtbare Szenen. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausgestattet. Das ist schön. Doch. Da ist nichts drin. Äh, kann ich mal. Gut, dann hatten wir diesen Abschnitt auch erledigt. Verdammt nochmal. Na gut. Unsichtbare Wesen sehen. So. Wow, wie viel sind das? Alter, wie viel sind das hier gerade? Wow. Alter. Das waren ein paar. Die haben uns auch ganz schön viele Gegenstände geklaut, muss ich gestehen. So unsichtbares sehen. Läuft gleich aus. Aber ich denke mal, dieser Raum wird denn wohl clear sein. Beziehungsweise wartet mich. Gucken wir mal ganz kurz in die... Hey, ich habe Angst vor diesem Raum da vorne. Ganz doll viel Angst. Nein, wir machen jetzt erstmal die Lichter hier an. Damit wir auch den Rest der Burg hin noch ein bisschen erkunden. Guckt euch das mal an. 89 von und 91... Ja, das ist... 89% erkundet. Gott, das Spiel, das geht ja dem Ende entgegen. Das ist ja... Traurig. Gucken nochmal ganz kurz hier. Ne, ist nichts. Okay. Okay.